Hotel am Fürstenberg, Julia Nowak. Was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag. Wagner hier. Ich würde gern für nächsten Monat ein Doppelzimmer reservieren. Haben Sie da noch etwas frei? Einen Augenblick bitte, ich sehe nach. Wann genau möchten Sie denn kommen? Wir würden am Montag den 21.05. anreisen und am Sonntag den 27.05. wieder abreisen. Gut, einen Moment. Ja, da haben wir noch Zimmer frei. Möchten Sie ein Zimmer mit einem Doppelbett oder zwei Einzelbetten? Ein Doppelbett, bitte. Ich komme mit meiner Frau. Was kostet denn eine Übernachtung bei Ihnen? Dieses Doppelzimmer würde pro Nacht 110 Euro kosten. Hm, das ist etwas mehr, als wir uns vorgestellt hatten. Aber naja, so oft machen wir ja keinen Urlaub. Gut, dann fülle ich das Reservierungsformular für Sie aus. Also, ein Doppelzimmer mit Doppelbett für sechs Nächte. Vom 21.05. bis 27.05. Ihr Name war Wagner? Ja, richtig. Gerhard Wagner. Mhm. Und die Adresse? Ich wohne in der Schweiz. Und zwar in der Adlerstraße 23 in 4052 Basel. Dürfte ich um Ihre Telefonnummer bitten, falls wir Rückfragen haben? Natürlich. Das ist die 0041 61 312 5543. Und haben Sie auch eine E-Mail-Adresse oder eine Faxnummer? Ja. Meine E-Mail-Adresse ist g.wagner.at swissonline.ch. Danke. Möchten Sie auch im Hotel essen? Wir bieten Frühstück, Halbpension und Vollpension an. Nur Frühstück, bitte. Abends gehen wir lieber in Restaurants. Gut. Dann noch ein paar Fragen zur Zimmerausstattung. Möchten Sie ein Raucher- oder ein Nichtraucherzimmer? Nichtraucher, bitte. Und benötigen Sie einen Internetanschluss in Ihrem Zimmer? Nein, danke. Das ist nicht notwendig. Wir wollen uns ja erholen. Das kann ich verstehen. Gut, dann haben wir alles. Wissen Sie schon, wann Sie am 21. ungefähr ankommen werden? Ich denke, spätestens gegen Nachmittag. In Ordnung. Vielen Dank, Herr Wagner. Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.